Ja, in Beginn der Folge und gleich schon ein Trophäe abgesackt. Geil! Proste. Führen Sie doch die restlichen Kobolde selber auf und erledigen Sie sie. Inzwischen habe ich an etwas gearbeitet, das viel interessanter ist. Sehen Sie. Ja, es ist wahr. Ein einzelnes Relikt, schwerer als eine Tonne. So etwas dürfte gar nicht möglich sein. Und doch, hier steht es vor Ihnen. Woher haben Sie es? Es? Ich habe Dutzende davon. Wir stehen kurz vor der nächsten Stufe in der menschlichen Evolution. Mit der Macht dieser Riesenrelikte werden wir diese Stufe erreichen. Und für diese nächste Stufe brauche ich Neck. Neck? Was hat er damit zu tun? Neck ist der Schlüssel. Das heißt also, ich brauche Ihr Spielzeug. Und er muss mit mir kooperieren. Nicht groß und gemein werden. Nicht alles in Reichweite zertrümmern. Was macht er da? Los, weg! Nett. Mach den Weg frei, Neck. Wir sind direkt hinter dir. Yeah, Möbel zerstören. Oh, mein Gott. Oh, nein. Jawoll. Na, lauf da rein. Yeah. Eine kleine Kiste, das müsste eigentlich selten sein. Oh, ein USB-Stick. Oder eine WLAN-Antenne. Ah, schau an. Oh. Ich nehme schon seit vier Stunden, glaube ich, auf. Oi. Seh nichts. Hatten wir nicht, waren das nicht unsere Gegner im Tutorial? Ah, jetzt kommen wir in den technisch sicheren Bereich. Neck, warte mal. Das sind Sicherheitslaser. Und hier, da ist doch eine Waffe dazu. Berühren wir die Strahlen, sind wir toast. Tja, das ist der falsche Weg. Aber hierbleiben geht auch nicht. Gehen wir. Ah. Puh. Drecksack. Och, Mann. Jetzt werde ich wieder hektisch. Hä, was? Oh, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Leck mich doch. Oh. Na klar. Och, Mann. Leute. Fertig. Danke. Ah. Mega Nerv. Na, okay. Dann los. Oh, oh. Ende. Och, wie fies. Echt jetzt? Oh. 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 Mann, 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 Mann. So, ein Gleichlaufen. Das ist so fies. Dann los. Wo lang? Da lang. Da ist ein Gegner. Oh, fick dich doch. Fick dich in die Hölle. Oh. Was ist das? 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 No, 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 no. Ey Was soll denn die Scheiße Man stirbt so abgefuckt schnell Ganz ehrlich Wenn das ab 12 ist ja Die kriegen doch Paranoia Können die doch gar nicht spielen Boah Ey Was soll denn das Ich hab grad so Bock Den Controller durch den Monitor zu werfen Aber richtig Ist hier hinten noch irgendwo etwas Nichts So hier ist irgendwo ein Schalter Wandlerteil Verwandlerteil Okay So Dann mach ich mal einen Folgen Cut Und ich glaube ich mach dann nochmal ganz langsam Eine Aufnahmepause Weil Ey ich kann nicht mehr Die Konzentration ist so im Keller Ich guck jetzt mal wie viel Folgen Ich noch produzieren muss Aber ich glaube das sind noch einige Wie ich sehe Auch нельзя Abonniere Abonniere Vielen Dank.